Dieses Texture Pack heißt WolfCraft. Es ist wieder etwas hochauflösender. Das ist eigentlich Euro 64x64. Gut, bei den Waffen sieht es jetzt nicht so toll aus, ist aber trotzdem Euro 64x64. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, denn letztes Mal, oder die letzten Male ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie immer, naja, ziemlich viel Zeit für nur einen Texture Pack verwendet habe. Jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller durch, sagt mir auch dazu was. Zum Beispiel hier ist es immer gleich, es nur andere Farben hat. Die Mineralien sehen wieder natürlicher aus. Die Wolle hat ganz normal verschiedene Farben und hat nicht irgendwelche besonderen Texturen. Nur bei diesem Bildzeichen heißt es ein Fernseher mit Störsignal, finde ich witzig. Erst dann weiter, da ist hier ein Fernseher mit Störsignal. TNT sieht recht normal aus. Ja, das kann man jetzt mal überspringen, das sieht auch recht normal aus. Hier ist es wieder düsterer. Das hier sieht aus wie ein bisschen mieser. Gut, das war jetzt mal eine schnelle Version. So wird es auch die nächsten Male vermutlich ablaufen. Die Sonne noch kurz. Sieht ein bisschen runder aus als das Original. Sonst hat sich nicht viel verändert. Und damit bis zum nächsten Texture Pack. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.